Okay, das heißt im Endeffekt, wir haben hier nicht viele Möglichkeiten oder haben leider hier nicht so tolle Sachen. Könnten wir was machen? Wir haben hier keine starken Köpfe jetzt Leute, ich schlafe einfach auf der blöden, so müde. Schauen wir mal, so schwach mit Prestige muss auch noch oben drauf. Es wird alles geschaut vom Kimbem, die Prestige raus. Die Wertung, also ihr seht da 20, 17k, das ist zu wenig. Schauen wir mal, 20, 20, jetzt gehen wir es mal mit dem Hulk, 18, das ist zu wenig. Also, 18,75 Immun gegen Vergiftung, wann immer die sind um einen Lieberbeginn, gegen den der Mum ist, da können wir auch den Hulk lassen. Ja, hätten wir jetzt eigentlich Hofis diese Black, Black, aber Gott scheiße. Lassen wir einfach da gucken, ist ja irgendwo gegen Vergiftung, dann passt das. Auf 52, elektrische Schwankung, verbesserte Superkraft. Da müssen wir tatsächlich einen Champion, Schauen wir mal. Genau, und auf 52, da kommen elektrische Schwankungen hin. Also das heißt, die Dauer der Buffs des Angreifers sind um 3,50 in Zukunft verringert. Und wenn es sich um Obot handelt, leidet es mit Verminderung. Also klar, dass die Buffs dann halt eben vom Angreifer, nicht von äußern, vom Angreifer verringert werden. Und die Superkraft hier verursacht großen Schaden, sind unabwehrbar. Von daher können wir Blade da drin lassen. Das ist so die nicht perfekte Aufstellung, weil wir sind keine, leider haben wir nicht so gute Champions hier drin, wieder mal, wie ich euch gesagt habe. Ihr müsst halt auch 5 Champions platzieren, aber gut, aber das passt soweit. So, jetzt muss ich mal ein bisschen Tee trinken und schlafe ich ein. Note 45. Das ist typisch Kebem Bugs. So, 945, da haben wir Erholung und Fischere Resistenz. Das hatte ich ja am Anfang euch gesagt. Entweder ich verstärke etwas, was der Champion schon hat, oder wenn er es nicht hat, dann tue ich das hinzufügen. Spider-Man ist hier fehl am Platze, weil er kann sich nicht regenerieren und ihm diese Fähigkeit hinzuzufügen. Wäre sinnlos, ist einfach sinnlos. Okay. Da ist Black Noir, also Black Noir, diese Black, die wäre dann besser. Auch wenn sie kleiner ist. Natürlich haben wir hier noch Speedo mit seiner wunderbaren Gwenpool. Die ist dann natürlich noch besser, weil die höher ist und deswegen lassen wir die. Aber wir hätten noch Hulk und der wäre natürlich am allerbesten, am höchsten ist. So, dann haben wir hier, genau, das muss ich nochmal schließen, wieder einen Moment zoomen. Und physische Resistenz bedeutet halt, dass er halt mehr physisch ist. Das heißt physisch, das ist nicht psychologisch, das ist nicht psychisch, sondern physisch ist das Körperliche, also mit Schlägen, das was man berühren tut und nicht geistlich. Das heißt, er widersteht mehr Schlägen. Beim Hulk ist es wichtig zu verstehen, dass er immer auch so in Not, es ist immer wichtig zu verstehen, dass der Hulk, die Hulk-Familie auf so einem Not immer gut da zu stehen, also da sind, also fort von Vorteil sind, weil die sind schon sehr resistent gegenüber Hits von anderen Angreifern und mit diesen zusätzlichen 20% sind sie noch resistenzer. Generell, jetzt kommt die Klause, gibt es andere Champions, die auch resistent sind gegen Schläge von anderen Champions. Dazu gehören Champions wie Hofis Black Panther. Das Problem ist, dass die Vibranium-Panzer hier nicht freigeschaltet ist, weil es ja noch kein sechs Sterne Duplikat-Champion ist. Sonst würde sich dann lohnen, den Hofi Black Panther diesen neuen Black Panther reinzutun. Okay? So, 41, da haben wir die Erholung. Erholung ist nicht schlecht, die kann sich dann erholen. 42 haben wir einen H-Wog. H-Wog hat Durchbruch, der ist sowieso sehr gut drauf, weil er durchbricht nicht nur dann die Rüstung, sondern der durchbricht die Schallmauer. Also er hat ja diese Fähigkeit noch D-Bus draufzusetzen und dann mit zusätzlich Rüstung Durchbruch ist er ziemlich, soll ich sagen, er ist ein ziemliches Motherfucker Kind. Also ein richtiges Arschloch. Mit dem will man sich dann nicht anlegen. Okay? Dann kommen wir auf Note 37, also Note 37, Energieresistenz. Da bräuchte man ein Champion der gegen Energieresistenz ist. Da könnte man theoretisch gesehen jetzt da den Spider-Man drauf tun oder man sagt sich, hey ich mache jetzt einfach mal den drauf. Der hat so eine gewisse Stärke und tut ja sowieso gegen Energie. Ja, man hätte eigentlich Captain Marvel drauf tun können, also die die Energie umwandeln. Das wäre am allerbesten. Oder Captain America. Doch, Captain Marvel und auch Captain Marvel oder die anderen Champion, die umwandeln, weil hier tut man Champions generell auf Energieresistenz, die umwandeln können Energie. Und wenn sie zusätzlich eine Resistenz bekommen, dann ist es noch besser für die. Dann können 36 und die können nicht umgekehrt werden. Das ist ein bisschen blöd übersetzt. Das bedeutet einfach nur, dass man hier die Heilung nicht umkehren kann. Also was bedeutet, es gibt hier auf diesen Note Champions, die sich heilen können. Die Wolverine. Und es gibt Leute, die nehmen Champions, die diese Heilung umkehren wollen, wie die SK2 von Guillotine 2099. Okay. Es geht aber in diesem Fall nicht, weil dann würde ja Wolverine ja Schaden erhalten. Und dieser Note sagt sich nein. Nein, lieber Angreifer. Du kannst den Wolverine oder die Waffe X320 hier nicht Schaden zufügen. Das heißt die Heilung so umkehren, dass anstatt Heilung von 300 HP in der Sekunde er 300 minus HP bekommt. Also die roten. Sondern dann wird einfach nur gesagt, nee, das klappt nicht. Aber dafür bleibt einfach die Heilung stehen. Das heißt, die Waffe X320 oder Wolverine, der sich eigentlich hätte hier heilen können, kann keinen Schaden erlangen durch diese besiegelte Schicksal oder Heilungsumkehrung. Anstattdessen wird einfach nur die Heilung gestoppt. Okay. Ich hoffe, das war soweit jetzt verständlich erklärt. Sehr gut.